Willkommen zu einer kleinen Folge Rainbow Six Siege mit 5 Mongos Und zwar Dämon, Diablo Returns alias Kitty, Munchgal alias Joa und Pinsy Und ich habe gerade voll in Deja Vu Ich habe gehört, wir sehen Ja doch, das habe ich auch gehört Jeder passt Ich habe gehört, keiner redet jetzt Alle haben sie Angst, weißt du Normalerweise, wenn wir in Skype sind, jeder redet durcheinander Zwölf verschiedene Themen sind am Start Und jetzt einfach Bei einem Pixie, äh, AP with Kitty AP with Kitty Also der Mongo da Keiner Captain Na gut, wie schaut's bei Nana aus? Nice PC, ja Nice PC Dude Nice, nice, nice Nice der Ende Wie lange redet der? Der hat richtig gut sind Der wird richtig nervig Wir haben sie run So, jetzt geht's los Oh So Hab getroffen Ähm, Pink ist am Start Ey, warte, Dani, kann da jemand eine Rotation Hall reinhauen? Ich nicht Eine was? Ja, einfach eine Granate oder Nidrendy dranwerfen Nidrendy kann ich machen, aber ob ich da... Oh mein Gott Ähm, Nidrendy gibt's nochmal auch Ups Warte, kommt man da durch? Warte, kommt man da durch? Ich hab dir die gebrochen aufs Maul, das sag ich dir Moment, was wolltest du sagen? Schön da, hast du kapett Hier kommt man noch durch Wo sind wir genau? Wir sind da, voll kacke Jetzt darf man durchs Bild, wenn ich das platzieren will Wo wird es entdeckt? Okay Haben wir Carvalho? Glaub nicht Könnt mich aber täuschen Nee, haben wir nicht, ist gut Ja, die haben Glatz Ah, das seh ich Alter, was ein Schrei Der war eine Glatz Elf von Zehn Ich glaube ein Glatz unten im Montagne Pixi, Pixi, Pixi Yo Alter, Pinzi vergaßt die Leute einfach, weißt du Da Wo ist der Glatz? Ah, der Glatz ist am Turm oben Nee Oder... Nee, warte, doch, doch, doch Das war ein Fuse, wo ich... Ja, ist der immer noch am Turm oben? Kann ich... Ja, sie kann... Ja, er ist am Turm oben, ich sehe Okay, warte, ist am Turm oben, warte, dann versuch ich den zu holen Ich, ich, ich kann nicht durchschießen durch die Gänste, oder? Nein Es geht nur von außen Ah, okay, ich sehn, sehn, sehn Warte, ich versuch ihm dir das Hatcher zu geben, okay, warte, und? Ich, ich kann da jemanden markieren Robin Tanja und Sledge kommen von da Beide Wo kommt Montanja und Sledge? Ja, von da, wo ich markiere Okay, warte Ja, wo gesmogt wurde, glaub ich, dass sie markiert Nee, das ist Rauch Warte, ich komm von unten und backstab die Ja, da ist Montanja Warte, ich backstab die Lenk sie auf Ich habe mir lenkt sie mit Kodes Lenk sie auf, ich versuch's backstab Hab ihn, hab ihn Der Montanja Ja, wir meint den Pius Oder Ne, ja Doch, Montanja Nein, er hat mich der Hund Äh, wollte ich nicht sagen Ja, ist doch furcht Das kennt man Hab ich nicht glaubt, dass wir das Team Ah, das war doch schön Die Runde ist gelaufen, ja Also ich nehme Switch Ne, ich nehme Montanja Oh, wir hatten jetzt den Blackbird genommen Oh ja, sorry, warte Ja gut, ich habe ja noch ein paar andere Willst du den nehmen? Oh mein Gott, nein Dann nehme ich den jetzt halt Oh, Pins hat sich Platz gekauft? Warte fuck, wie schnell machst du dein Geld? Ganz ehrlich Ja, ich rede ihn auch Ja, wir hatten einfach den Style und den Cache, ne Oh ja, den Style und den Cache, ja Den Style und den Cache, ja Den Style und den Cache, ja Den Style und den Cache Das Style und der Cache Grammatik piece Ja Bon Grammatiker 1 Oder eher zu Level Kevin Echt wie ich am Start Ist da Oh, hier drunter Oder drüber sind Aber ich sage, wir schaffen die 5 Likes Ja, glaub ich auch Ja, glaub ich auch, ne Ja, aber ich verstehe die 5 Likes dann, man Ich like doch nicht meine eigenen Videos auf Center, das bitte auch da ist eine Chavail, oder? Ja, dann geh ich halt mit 2 Accounts rein Ich geh mit 80.000 Accounts rein Ich war einfach schon tot und hab ne Bombe gefunden Ich Bin irgendwo Oh, ich bemerke grad, ich nehm grad übrigens auch auf Ich hab erstmal die Anmoderation von der Arte ist drin Ja, ne, komm bei dir mit Gib den Headshot, Jo, bitte Ich geb den Headshot, okay, Jo, warte, Achtung Vor Also, ich find meine Drohne steht gut jetzt So Wo ist denn, okay, wir sind da Zwei sind da, einer ist Gut, dann geh ich nicht rein Aber der ist ganz oben, ganz oben Oberste Etage Ja, dann verstecke ich mich hier, dann haben wir die KW noch Da ist ja noch Da ist ja noch Fuck Fuck Da hab ich mich erschreckt, Digga Ich wollt grad da aufmachen Da sind zwei, Dima, da sind zwei Ja, das ist zu riskant, der kann jetzt nicht Ja, der wird sicher nicht rausspringen, findest du Er ist doch schon vorbei, oder? Dann kann ich, dann geh ich jetzt da rüber Ja, immer noch Ja, ja, noch immer Kann bitte vorgehen Also Jetzt kannst du dich nicht mehr abschießen Wir müssen werfen, Maxi Hinter uns, hinter uns Hinter uns, hinter uns Oh, Karvaira, oder? Weiß für ihn Ich werde dich gekillt Weiß für ihn Warte, war es Karvaira? Ja, ne Das war Das war Weiß für alle Sie wurden geschrotflintet Lass die, äh Sie einfach Ne, da ist die Treppe Ist die Treppe runter, glaub ich, oder? Oder liegt die da? Ne, die liegt da Lass sie liegen Okay Lass sie liegen Ja, die werden halt nicht von ganz unten nach ganz oben kommen Ja, die werden halt nicht von ganz unten nach ganz oben kommen Sind sie ist irgendwie voll am Längen, oder nicht? So, so, so So, 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 so Da, 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 da Mikrofon muted. Oh! Ich schieße jetzt mal auf die Leiche. Was ist das für eine Waffe? LOL! Abgehäbt ist. Abgehäbt fallen. Abgehäbt. Der Junge. Ich schieber. Nix hört mich auf Boden. Warte, was hab ich gespielt letzte Runde? Ich mach genau das gleiche wie die letzte Runde nochmal. Ich werfe einfach meine Augen wieder raus und schaue ob da jemand kommt. Aber immer steht hier. Die sind im Südmutter scheiß weg, wo es du bockst. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Alles klar. Da ist wieder eine Sonne. Das war auch nicht schlecht. Nein, das ist schon wieder 100 Jahre. Ich habe nicht Bomben eingefasst. Der muss immer zwei Sachen schützen. Ich habe wieder Rotation. Was? Fast schon. Ich höre doch schon wieder irgend so eine. Dich habe ich gesehen, du Hure. Dich habe ich gesehen, du Hure. Dich habe ich gesehen, du Hure. Dich habe ich schon mal erwähnt, dass ich in Drohnen treffen so scheiße bin. Das ist in allen Treffen voll scheiße. Okay. Ja, okay. Ja, das ist durchaus korrekt. Okay. Da ist auch noch eine. Ja. Ja. Ja, die werden eh wieder safe gelten. Ja. 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 Ich habe die weggemacht. Digga, weggehalten. Schon wieder meine Kamera. Ich halbe wohl, wo die käme. Darfst du nicht. Das will ich fahren. Vor allem, die kommen noch nicht mal da, wo ich gedacht habe, dass die kommen. Ja, die Kameras sind ja richtig scheiße. Ich glaube, die kommen echt von der richtig beschissenen Position. Nee, die, 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 die. Nee, die kommt. Ja, doch. Genau von da. Von wo? Ach, von da. Äh, üblich. Nee, der ist nicht AFK. Der macht irgendeinen Scheiß. Nee, nicht AFK, sondern alle. Platz ist nicht mal draußen. Ich weiß nicht, ob wir einen Platz dabei haben. Von wo? Da oben. LOL, der eine ist von oben gekommen und hat mich gebackstabt. Der ist von oben. Klappt mich auch. LOL, die kommen alle von oben und backstabt mich. Ja, ich habe ihn. Diesmal sind sie nicht so dumm. Diesmal backstabt mich. Ja, nein, man kennt mich. Beide sind, ja, da wo Maxi du hinziehst, da kommen, sollten zwei kommen. Ja, nein. Oder? Ist es da, wo ich meine, dass da zwei kommen? Ich weiß nicht, ob da noch einer kommt. Hast du schauen bekommen? Uh! Hast du getroffen? Ja. Ja. Da hat sich einer bewegt. Da hat sich irgendwas bewegt, Arzais. Ja, da. Hey, wo? The fuck? Wo war der? War der hinter dir oder so? Rechts ums Eck. Die campen halt. Ja. Ja. Ah, alles klar. War Hacks ist da. Oder hat er dich markiert? Okay, ich werde markiert. Ja. 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 Alter, jetzt. Das Dürum ist nicht so gut gelaufen. Ja, ist echt so. Immer wieder Montagne, auch wenn ich das überhaupt nicht kann. Er ist so eine easy rassiert und zweit, äh, Santan ist voll abwärts gegangen. Ja. Aber wir sind eigentlich alle Vollprofis, also wir spielen nichts anderes in unserer Freizeit. Ist echt so. Ja, ja, ja. Sieht man auch an den Leveln. Vor allem nicht Rocket League. Vor allem nicht Rocket League. Wo ist es Rocket League? Nein, nein, nein. 13. Wo ist es Rocket League? Warte, ich weiß nicht. Äh, Demon? Oder wer ist nach der Runde noch da? Ich... Nach der Runde auch noch da. Oh, die sind direkt bei mir. Ach gut, ich weiß aber nicht mehr, wo ich war. Cool. Demon über dir, glaube ich. Ja, da hinten. Ja, da rechts haben sie zugemacht. Gleichen spawnen wie weh. Ja, eins rechts rum. Ne, das andere rechts. Oh, oh, oh. Du sollst einfach hier stehen und hier wenn die Evi rausbütschen. Ja, war klar. Oh, das ist auch eine schöne Position. Ja, markiert, ihr wenn... Ich hab mich... Ich hab mich... Ich hab mich einmal markiert. Ich drehe mich extra weg, weil ich kein Bock habe, um mich zu treffen. Der hat dann einmal am Start auf jeden Fall. Soll ich eine 5-Kinometer-Reise antreten? Ja, Pinzi, das machen wir. Gehen wir langsam weiter! So, wir machen was. Ich oben, du unten? Oder andersrum? Okay. Andersrum. Ich bin fast tot. Also, ich bin fast tot. Beine Augen. Hier, da kann ich rein. Ndoi! Da wurde schon wieder geschrotflintet. Der Schafer ist nicht länger hinter. Nein, ich hab einen K... Ausgenockt! Die werden mich töten. Hast du da eigentlich keine Kavailer-Messer? Das ist ja alles gut. Irgendwo oben war nie mal Kierig. Na ja. Feind draußen entdeckt. Was ist das mit mir? Ich bin mir auch. Und das heißt, der klickt der Rupen irgendwo. Mann, die beiden... Ja, ja. Da war das immer noch da am Geiern. Immer noch da. Ja, die wird halt jetzt da. Die wird jetzt halt hier warten. Beim Entschärfer ist sie. Wieder durch den Tag stehen. Wie könnt ihr rein? Die ist runtergerontiert. Und runter. Der Jäger, der kämmt da hinten in seiner Camperposition. Das ist klar. Ist er von da rechts, oder was? Okay, durch den Kavailer. Und im Nebenraum ist... Also jetzt oben in der Kamera. Links oben. Nice, Mann. Ich mag hier immer noch einen. Ich mag hier immer noch einen. Ich mag hier ihn durch. Nice. Nice. LOL. Von wo? Ich glaube, durch die Seite. Doch, da war noch einer. Da war noch einer. Ja, durch die Seite. WTF, die ist... Alles klar. Die Valkyrie waren gut. Die Valkyrie waren gut. Die Valkyrie waren übelst gut. Die wusste genauso. Da hab ich zack, zack, zack. Direkt geschossen. Jo, auch noch No Scope. Auf diese Range, gell? Ja, eben. Ja, das... Da kann man drüber debattieren, ob das jetzt egal war oder nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Gold, 328. Ja, der erste von denen. War ein bisschen am Scannen, glaube ich. Aber... Äh... 108. Äh, das war's dann von der Folge. Weiß nicht, ob wir noch was machen. Wäre möglich. Ähm... Haut rein. Servus. Ja. Wir sehen. Okay.